Ja, dann mal ein herzliches Willkommen zurück, King of Retail. Ja, ähm. Wollen wir mal gucken, was wir noch für Angestellte kriegen. Sales kann doch nicht, restocking kann doch nicht. Ja, was mache ich dann mit dem? Dann schicke ich den nach Hause. Tschüss. Ach, je. Frau. Oh, Dingspunkt. Was können sie denn? Oh, sie sind gut im Register. Das ist schön. Was kriegen sie denn? Sie kriegen... Komm, 80 Euro zufrieden? Yeah, gut. 80 Euro. Und... Dann setzen wir dich genau die 4 Stunden an der Kasse. Frau Kandatze, 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 Kami-Katze. Du kannst ja gar nichts. Dann können sie leider auch nach Hause gehen. Britney. 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 Kann... Sales. Okay. Dann machen wir auch 80 Euro. Reicht dir gut, junge Frau. Dann machst du Sales. Äh, das machst du dann... Was? Du sollst Sales machen, aber du hast diesen Tag frei. So. Damian. 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 Was kannst du denn? Salina. Nein. Tut mich leid. Ja, Salina. Was kennst du denn, Salina? Kannst du Register? Oh. 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 Sales und Register. Das ist gut. Dann will die jetzt auch ein halbes Vermögen haben. Wetten wir? Uff. Da. Ist aber ganz schön teuer, ne? Was? Aha. 130 will die. Mein Gott. Die macht mich ja arm, ey. Da. Äh. Äh. Was machst du jetzt erstmal frei? Ich will aber noch jemand für Re-Stocking haben. Kannst du Re-Stocking? Ich kann das auch nicht. Ich geh doch nach Hause. Äh. Ja. Keine anständige Person hier gefunden. Das ist gar nicht gut. So. Dann wollen wir mal gerade hier gucken. Eigentlich können wir jetzt nicht ausbauen. Wir müssen eigentlich warten. Hm. 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 Ach man. Lass mich doch die Ruhe, wenn das nicht jemand hat. Hm. Okay. Lassen wir das. Dann. Äh. Ja. Wir können loslegen. Okay. Wir haben keinen allerdings auf Lager. Keine IPC gekauft. Schuhe. Oh. Hier sind ein paar Schuhe. Ach. Wir haben vergessen neue alte kaufen. Aha. Scheibenkleister. Hm. Dann wollen wir mal gucken, ob diese zwei wieder kommen, die wir gestern eingestellt haben. Ach. Ja. Nicht eingestellt haben, die wir. Ach. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ja. Hier haben wir zwei. Dann bestellen wir das schon mal. Und. Tschüss dafür. Als nächstes müssen wir definitiv. Oh. Ja. Den Laden ein wenig erweitern, weil das geht dann ja gar nicht. Ach. Wir brauchen ja gar nicht rein. Wir haben ja unsere Angestellte, die das jetzt macht. Äh. Oh. Hmm. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020